So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich Jage-Veluziratoren. Ich spreche es auch nur einmal aus, weil das Wort so kompliziert ist. Wo findet ihr diese? Also ich kenne als Ort definitiv den hier. Also da hinten sind die immer unterwegs. Ich habe es auch eben schon gesehen, ich war eben schon mal in der Runde. Und das Gegnerteam ist auch direkt da gelandet, also da waren fünf Gegner direkt. Also das ist wirklich krank, was da los war. Aber jetzt hoffe ich nur mal, dass die nicht direkt wieder alle hier rüber geflogen sind. Aber, warte mal, wir werden es jetzt sehen. Zack, ihr seht schon, da oben läuft der Erste rum. Und wir wissen ja auch, die sind immer schön im Rudel unterwegs. Die Wölfe sind hier unten auch schon unterwegs. Das gefällt mir aber jetzt gar nicht. Ich hoffe nur, dass ihr die nur da oben mich nicht wegholt. Aber ihr habt es ja schon gesehen, einer war da oben definitiv am rumlaufen. Sollte mal keiner da sein, einfach nochmal eine neue Runde starten. Und ich mache das Ganze hier in Gruppenkeile, da ist es nämlich am einfachsten. Weil da habt ihr nicht noch die normalen Gegner, die euch nerven. Zack, und da haben wir schon den Ersten. Aber eigentlich sind die immer zu zweit unterwegs. Mindestens. Aber, wie es aussieht, habe ich diese Runde auch Pech gehabt. Und muss das Ganze dann einfach nochmal machen. Weil da unten waren jetzt noch die Wölfe unterwegs. Aber die brauche ich ja gerade. Ja, ja, ist gut, Wolf. Zack. Aber, auch wenn ihr Fleisch sucht, hier werdet ihr natürlich auch das Fleisch finden. So, ich gucke mal gerade nochmal, ob da hinten auf dem Berg noch welche sind. Weil hier ist wirklich, was Tiere betrifft, ziemlich viel los, finde ich. Ah, irgendwo habe ich welche gehört. Ah, da hinten. Ich sage, hier oben der Ort bietet sich halt echt am besten dafür an. so, dann werden wir das Ganze nämlich jetzt auch abschließen dann habe ich die Aufgabe natürlich auch fertig und zack, 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 zack putt, putt, putt zack, kriege ich noch einen mit dem Pickaxe ich habe nämlich keine Munition mehr und wie ihr gesehen habt, so easy ist das Ganze zu schaffen, mal gucken ob ich mir der Pickaxe, aber ich glaube ich werde jetzt sterben so, wie ihr seht, ganz einfach, da ist eigentlich auch der beste Ort wir haben jetzt gesehen, drei Stück sind da ihr müsst halt ein bisschen gucken mit der Route, ob der Gegner auch da landet und wenn ich euch damit helfen konnte, natürlich gerne ein Like da lassen gerne was in die Kommentare schreiben und natürlich, wenn noch kein Abonnent ist und nichts mehr verpassen will, rund um Fortnite gerne ein Abo da lassen und in dem Sinne würde ich sagen, euch viel Spaß beim Leveln und haut rein